Felna Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna Live. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Felna Live zu einem spannenden Duell an diesem Freitag. Bei mir zu Gast sind Sebastian Bonméner. Hallo. Guten Abend. Und Johann Grudenus. Guten Abend. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der aktuellen CO2-Steuer. Die gilt ab morgen. Und da gab es durchaus auch Aufregung. Einige, auch die SPÖ, die zuletzt gesagt haben, man hätte diese CO2-Steuer eigentlich aufgrund der zusätzlichen Belastungen, die es derzeit in allen Bereichen gibt, verschieben müssen. Findest du es richtig, dass das durchgezogen wird und man die CO2-Steuer eben jetzt schon umsetzt? Oder hätte man es aufgrund der Teuerung aufschieben sollen? Nee, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man ein paar Sachen, die im Regierungsprogramm verankert wurden, auch tatsächlich umsetzt. Man kann sich nicht ewig auf Corona und jetzt die nächste Krise und dann die nächste Krise ausreden und dann nicht das machen, wofür man eigentlich gewählt wurde. Schwarz-Grün ist mit dem Versprechen angetreten, für eine Ökologisierung des Steuer- und Abgabensystems zu sorgen. Und das ist jetzt ein wesentlicher Schritt in die Richtung. Dass es eine blöde Geschichte ist, dass es jetzt gerade zusammenfällt in einer Zeit, wo ganz viele Menschen immer noch auf die wertvolle Unterstützung der Regierung warten, die nicht daherkommt. Ist verständlich, dass es für Unmut sorgt. Ich kann total nachvollziehen, dass es ärgerlich ist. Ich glaube aber genauso wie bei der Frage, was sind die Hintergründe für die Teuerung, ist das Gleiche jetzt in Bezug auf die gestiegenen Preise durch die CO2-Steuer. Man muss das sozial abfedern. Aber ich finde es korrekt, wenn Leute, die zu viel Geld haben und die im Kreis fahren, und davon gibt es ja in Österreich angeblich ein paar, auch entsprechend mehr dafür zahlen. Und ich finde auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir die Klimasünde und die Umwelt zünden und damit meine nette, die kleinen Pendler. Sondern ich meine den Transitverkehr, der ein Wahnsinn ist. Und ich meine eben Leute, die mit hochmotorisierten Autos zu Gaudi rumfahren, dass wir die auch wirklich erwischen und ihren Beitrag leisten. Aus meiner Sicht ist die Bundesregierung gefordert, gerade jetzt sich zu überlegen, wie sie die Mehrbelastungen für Pendler, für Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, zusätzlich abfedern kann. Wo ein Wille, da ein Weg. Also wir haben bei Corona gelernt, Geld ist nicht das Mangelthema. Da gibt es immer genug, wenn man möchte, ganz offensichtlich. Also sollen sie gefälligst auch jetzt dafür sorgen, dass die gestiegenen Spritpreise für die, die es brauchen, auch tatsächlich kompensiert werden. Wie siehst du das? Naja, ich möchte dir in einer Sache recht geben, dass einmal etwas vom Regierungsprogramm umgesetzt wird. Das ist einmal per se, formell gesehen, das, was man von der Regierung erwartet. Jetzt abgesehen vom Thema, weil mit dem Thema bin ich nicht einverstanden. Also eine CO2-Steuer ist so wie jede Steuer mehr für mich ein No-Go. Vor allem in den jetzigen Zeiten, das hast du ja auch angesprochen, dass es ja vielleicht nicht ganz passt. Aber gerade wo die Beziehenpreise teuer geworden sind und wieder steigen, ist es ja wie die Faust aufs Auge. Nämlich die Faust, die nicht passt, die ein blaues Auge hinterlässt, und zwar als Mindestschaden. Ich bin selbst jetzt die letzten Tage sehr viel mit dem Auto unterwegs, weil ich zwei kleine Kinder vom Kindergarten abhole und einen älteren Sohn in die Schule bringe und dann Ballett. Und ich weiß nicht was, das ist dann mit Verkehrsmitteln ein bisschen schwer möglich. Die letzten Tage haben es besonders gezeigt, dass man ab und zu aufs Auto angewiesen ist. Die letzten Tage besonders stark. Warum? Weil eben meine Frau ein bisschen kränkelt zu Hause und meine Ex-Hoi im Ausland ist und dann ist man plötzlich da und ohne Auto wäre es schwierig. Und mit dem Lastenfahrrad in Wien rumfahren ist nicht gerade das, was ich mir so vorstelle, mit den Kindern drin. Also das ist nur ein persönliches Beispiel. Es gibt viel härtere Beispiele. Es gibt nämlich auch die Pendler aus dem Südburgenland oder aus dem Waldviertel, die täglich pendeln müssen. Nicht so vielleicht wie uns einer, die vielleicht einmal, zweimal die Woche. Die täglich pendeln müssen. Und ich kenne viele Beispiele, die wohnen in Quöl oder in Horn und fahren nach Wien runter oder sind in Güssing und in Burgenland und fahren nach Wien rauf und sind darauf angewiesen. Also es gibt eben diese Abfederung nicht. Es sollte eine geben, richtig. Aber ich frage mich nur, warum erhöht man die Steuer für alle und dann gibt man als Almöschen immer so dann die Abfederung her. Oder den Energiebonus, den Gutschein, den man jetzt verteilt, den viele noch gar nicht bekommen haben. Also man zieht den Leuten das Geld aus der Tasche und tut dann gönnerhaft von oben herab. Herr Heck, kannst du ja einen Krosschall haben und ich weiß nicht was. Und wenn sie kein Brot zum Essen haben, sollen sie Kuchen essen. Das ist immer so die Methode, die jetzt irgendwie anklingt. Im Großen und Ganzen, was wir jetzt erleben, ist eine der größten Krisen. Und ich habe die Befürchtung, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, sie wird sich insgesamt verschärfen. Aus welchen Faktoren auch immer. Die Teuerung schlägt voll ein. Sie trifft die Leute mitten ins Gesicht und mitten auch ins Privatleben. Mitten in die Wirtschaft auch. Und hier jetzt mit neuen Steuern zu kommen und eben nicht entgegenzusteuern und Steuerentlastungen zu machen, was möglich wäre, ist genau der falsche Weg. Aber ist nicht genau das das Problem. Weil ich sage mal, der Porsche Cayenne-Fahrer, der wird es sich leisten können, wenn 18 mehr für den Sprit zahlt. Aber der Pendler, der jeden Tag pendeln muss und meistens auch gar keine andere Wahl hat, für den haut das natürlich schon ordentlich rein. Diese knapp 4,50 Euro pro Tank. Ja, definitiv. Vor allem, wenn es, wie gesagt, ich bin ganz oben im Waldviertel, da brennt es schon einen halben Tank, wenn es irgendwie hin und retour fährt. Das heißt, es gibt doch viele, die pendeln aus dem Waldviertel, aus dem Südburgenland, wie gesagt, vor allem nach Wien rein und so weiter. Das summiert sich dann schon. Und ich frage mich aber, ist es tatsächlich im Jahr 2022 nicht möglich, diese Menschen zielgerichtet zu unterstützen? Ich finde den Grundgedanken einer Ökologisierung des Steuersystems oder auch einer sozialen, dass wir den Versuch wagen, unser Steuer- und Abgabensystem sozialer zu staffeln, für extrem wichtig. Wir würden uns ganz viel dieser Debatten sparen, jetzt auf der Einnahmenseite und wenn es darum geht, dass wir als Staat einfach mehr Geld brauchen, wenn wir die Reichen endlich besteuern würden. Wenn wir die Konzerne endlich besteuern würden. Greenpeace hat gestern eine Aktion gemacht und hat gezeigt, wenn man die Übergewinne allein von der OMV abschöpfen würde, wären das 3 Milliarden Euro. Wenn man sich anschaut, was für Gewinne zum Teil in Österreich in der Krise, ich meine jetzt die soziale Krise und ich meine davor die Corona-Krise gemacht wurde, von Pharmakonzernen, von Handelsunternehmen, von Industrieunternehmen, die becken alle keine Steuer hier. Und das ist das, was mich aufregt bei der ganzen Diskussion, dass wir dort, wo es sinnvolle Lenkungsmaßnahmen geben sollen, das ist die Ökologisierung und die Grundidee ist ja nicht unvernünftig. Die Grundidee zu sagen, wir machen unser Steuer- und Subventionssystem so, dass die Prozesse, die wirtschaftlichen Prozesse, die für Mensch, Tier und Umwelt am schädlichsten sind, am wenigsten befördert werden und am meisten besteuert werden, das ist ja grundvernünftig. Diese Grundidee, eine gemeinwohlorientierte Steuerbesteuerung und Subventionierung, das wäre total richtig. Und deswegen verstehe ich vor dem Hintergrund dessen auch die Grundidee dieser CO2-Steuer. Das Problem ist nur, am Ende becken diese Maßnahmen immer diejenigen, die eh am wenigsten haben. Und die, die am meisten haben, wie du gesagt hast, die stört es entweder nicht, weil der Karrientfahrer, der brennt das, das ist übrigens trotzdem der, der am lautesten schreit in der Regel, oder er kann sich dem aufgrund von irgendwelchen Möglichkeiten entziehen. Und das ist, glaube ich, das, wo es grundsätzlich hapert, wo es wahrscheinlich mit der ÖVP in der Regierung keine anderen Gesetze geben wird, aber das ist eigentlich die Grundwurzel. Und wir bewegen uns die ganze Zeit auf eine Symptomdebatte und fragen uns die ganze Zeit, soll man das jetzt noch machen, soll man das noch machen, statt wirklich die Wurzel anzugehen, nämlich zu schauen, dass große Erbschaften, große Vermögen, die, und ich meine damit nicht den Häuslbauer, ich meine damit nicht eine Million, aber ich meine jemand, der 50 oder 100 Millionen erbt, das muss versteuert werden. Dass wir in Österreich eines der wenigen Länder sind, die immer noch keine Steuer haben, das ist ja ausgelaufen, die Erbschaftssteuer, das ist aus meiner Sicht ein Versagen, das sich jetzt gerade in der Krise rächt, wo wir Menschen, wo wir Betriebe und den Sozialstaat finanzieren, um uns das Geld langsam ausgeht. Aber da, finde ich, sollten wir eine Grundsatzdebatte über eine Ökologisierung, aber auch soziale gerechter Werdung unserer Steuersystems führen. Jetzt gab es ja abseits von der CO2-Steuer noch ein zweites großes Thema diese Woche, das ist das Energiesparen. Es gibt einen Energiebonus jetzt für die Unternehmen und die Wirtschaft und dieser Bonus oder diese Förderung ist an Bedingungen geknüpft. Unter anderem, dass man die Heizschwammerl abdrehen soll, dass das Licht in den Auslagen ab 22 Uhr nicht mehr leuchten soll. Ist das richtig, dass man den Unternehmern solche Auflagen macht und im Gegenzug bekommt sie eine Förderung, also zum Beispiel keine Heizschwammerl mehr in der Gastronomie? Also die Gastronomie ist ja eine Branche, die ja die letzten Jahre extrem gelitten hat. Das fängt ja schon vor Corona an, das war die Debatte mit der Einschränkung des Rauchens, wo man auch sagen kann, gut, wenn man das Rauchen nicht will, dann hat man es gleich so gemacht. Aber am Anfang wurden die Unternehmer eingeladen zu sagen, man trennt den Raucher, nicht Raucher, die haben investiert. Und wurden quasi in eine Falle gelockt und frustriert das Geld aus österreichischer Lösungen, die aber im Endeffekt viel kosten. Und das heißt, man hat keine klaren Verhältnisse geschaffen. Die wurden eigentlich die Gastronomen, ist die Branche, die in vielen Bereichen auch ordentlich hergenommen wurden. Gut, viele haben auch dann wieder durch diese Rückzahlungen oder die Kompensationszahlungen bei Corona auch sehr profitiert, das stimmt auch. Trotzdem ist die Branche sehr tief geschüttelt und gerüttelt worden. Wenn man sich bedenkt, dass die Frau Gewessler sich eine teure Klimaanlage einbauen lässt und jetzt dann den Gastronomen die Heidscharmel nicht erlaubt. Oder wenn man bedenkt, dass ganz woanders viel Energie auch hier gebraucht wird und Energie, nicht missbraucht, aber in großen Mengen gebraucht wird. Und dann aber wieder die breite Masse genötigt wird, kalt zu duschen oder den Deckel auf den Topf zu geben und dergleichen. Das sind genau dasselbe Debatten wie bei Corona. Man weiß jetzt nicht mehr, darf man jetzt den Deckel drauf geben oder nur halb drauf geben oder wie bei Corona darf man jetzt vor die Tür treten mit Maske oder in den Verkehrsmitteln mit oder ohne Maske. Die Leute werden absichtlich verwirrt und teilweise auch genarrt in Wirklichkeit. Und das sind ja Zustände, die man nicht dulden kann. Diese von oben herab, man kommt sich schon vor wie ein Feuertalstaat. In der Vor-Diskussion vor, wir live waren, haben wir ein bisschen gesprochen über Feuertal, dieses Deos, ähnliche, aber das ist schon längst vorbei, das ist auch gut so. Aber man kommt so langsam vor, als wären die Leute, wer es untertanen betrachtet und die ganze Zeit nur genarrt und verarscht. Und wer nicht spurt, der wird an den Pranger gestellt. Ich bin der Meinung, dass die Regierung, aber da zähle ich auch dazu, denjenigen, die die Räuberleiter macht, der Van der Bellen, die gehören an den Pranger gestellt, öffentlich-politisch. Weil die haben alles versaut, was man nur so versauen kann. Und der Van der Bellen hat es hier weitestgehend die Räuberleiter gemacht und hätte die Regierung schon längst abgerufen sollen, weil die Regierung ist eine Regierung aus Schande. Das heißt, heute schon einmal sollten anbleiben. Ja, das ist Konkluso. Also schau, ich habe vor fünf oder sechs Jahren inzwischen, also kurz rund um die Geburt meines Sohnes, aufgehört zu rauchen. Davor bin ich auch gerne draußen gesessen, Heidschwammerlgenossen, ich verstehe es. Also ich kann es total nachvollziehen, dass es angenehm ist, auch im Winter, wenn man raucht, draußen zu sitzen und Bier zu trinken und zu rauchen und so weiter. Also kann ich nachvollziehen von der Ebene, aber es ist ihm wirklich ein Irrsinn. Also wenn wir es sich ehrlich sagen, ist es ein Irrsinn. Aber auch hier sind wir wieder bei der Symptomdebatte. Wie viel CO2-Ausstoß blasen wir in die Luft mit dem paar Heidschwammerl in Wien? Und wie viel blasen wir in die Luft durch die unfassbaren klimaschädlichen Wirtschaftsprozesse, die wir tolerieren? Ja, es geht auch um die Energie in dem Fall, muss man sagen, und die Energiekosten. Verstehe ich auch, ja. Also es macht auch Sinn, ja. Also ich verstehe ja auch den Hintergrund und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand jetzt ein großes Nachsehen hat, wenn er einmal oder zweimal auf eine Heidschwammerlschick verzichten muss. Jetzt mal ehrlich, ja. Also das sind wohlstandsverwahrlose Debatten, wo ich mir denke, ganz ehrlich, haben wir nicht andere Probleme. Es geht ja letztlich darum, dass wir unsere Unabhängigkeit von einem diktatorischen System erreichen wollen, so schnell wie möglich, mit dem Ziel, dass dieses System destabilisiert wird und die Kinder und Frauen, die vergewaltigt und umbracht werden, möglichst bald nicht mehr sterben müssen. Und das sollte man vielleicht eben in Erinnerung bewahren, wenn man sich aufregt, dass man jetzt die Heidschwammerlschick nicht mehr kriegt, ja. Also das sind so Geschichten. Ich glaube, das, was viele Menschen momentan verärgert, ist, dass sie sehen, dass ganz wichtige und wesentliche Hebel der politischen Steuerung nicht gedrückt werden, weil die ÖVP das nicht möchte und Klientelpolitik nach wie vor betreibt. Stichwort Seilbahnen. Ich meine, das ist ja offensichtlich die mächtigste und stärkste politische Lobby, die es in Österreich gibt oder weltweit. Die Seilbahnbesitzer dürften alles irgendwie kontrollieren. Aber da gibt es Berufsgruppen und Wirtschaftsbereiche, die richten sich immer. Die bekommen immer alles, was sie brauchen. Und dann gibt es ganz viele, die schauen durch die Finger und denen plakatiert man dann auch noch. Also ich habe das in Gmünd sogar, also wirklich überall, hast du jetzt gerade die 16-Bogen-Plakate von diesen 11 Punkten, diese Kampagne von der Regierung. Mission 11, genau, wo dann draufsteht, du eben mit dem Deckel am Topf. Und ich finde das ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde, das sollte man schon im Kindergarten beibringen, wie man richtig kocht, wie man richtig sich ernährt und so weiter. Das ist ja alles eine gute Geschichte. Aber jetzt quasi, in der Situation verstehe ich, dass Menschen sich keckelnd fühlen. Also ich verstehe es, ich fühle mich auch keckelnd. Und man denkt so, hey, ganz ehrlich, ihr lasst zu, dass da ganz, ganz viel Steuergeld im Sinne von Steuerflucht und Steuervermeidung ins Ausland abfließt. Aber dann sagt es uns, die Problemlösung ist, dass wir den Deckel beim Nudelnkochen draufgeben. Und das ist, glaube ich, das, wo die Bundesregierung aufpassen muss, dass sie mit grundsätzlich sinnvollen Aktivitäten zum jetzigen Zeitpunkt nicht für das Gegenteil sorgt. Nämlich eine Form von Gegenreaktion, wo Menschen einfach sagen, aus Prinzip nicht, weil ich fühle mich keckelnd. Bist du Wohlstandsverwahrlost? Ja, total, total, total. Aber jetzt nicht im Konkret schmeiß ich an. Nein, Spaß beiseite. Das ist eine Debatte, die wir auch, dieses Wort Wohlstandsverwahrlost kann mich erinnern, wie es in der Schule aufgekommen ist. Und ja, es ist natürlich, ich glaube, dass die EU an sich Wohlstandsverwahrlost ist. Also wir haben uns an einen Wohlstand gewöhnt, das sind wir alle, den haben unsere Generationen vor uns aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg erstens und dann auch eine Zeit, die in der EU, wo alles gut gelaufen ist im Prinzip. Wo die europäische Gemeinschaft, die Kohle und Stahl gegründet wurde, die ein gutes Fundament gelegt hat und in meinen Augen dann durch die EU etwas in eine falsche Richtung gegangen ist. Aber das ist wieder eine andere Grundsatzdebatte. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist eine gute Sache gewesen, oder ist es noch immer. Kohle und Stahl, die wichtigen Rohstoffe, auch zur Wohlstandsbildung, und wir alle sind insofern Wohlstandsverwahrlos geworden. Warum? Weil wir am Boden der EU, sage ich einmal, nicht Europa, aber EU, auch durch das Gebilde der EG und der EU keine Kriege, keine Konflikte hatten. Das Ganze wurde natürlich, das ist der positive Effekt, wurde somit auch durch Diskussion und Ausgleich und Diplomatie unterbunden. All das, was Europa wissen, alles ist eigentlich durch Streit entstanden. Das sind die allen möglichen Völker und Stämme, die dauernd sich den Schädel eingekaut haben, obwohl sie verwandt waren. Oder auch die Herrscherhäuser, die ja oftmals verwandt waren, jetzt aktuell aufgrund des tragischen, oder des Todesfalles im britischen Herrscherhaus, alle waren untereinander verwandt. Nicht wahr? Irgendwie Russen, Deutsche, Briten. Briten waren ja deutsches Geschlecht, bis sich Wien so genannt haben. Und so weiter. Das sind verwandte Völker. Ja, aber immer haben sie gestritten. Das war zerblutig. Das hier 30-jährige Krieg, oder erste, zweite Weltkrieg, ganz besonders. Aber hat als positiven Effekt durch diesen Konkurrenzkampf gefördert und auch Europa dann auch sehr weitergebracht. Es ist ein blödes Sprichwort, ich bin alles andere als Kriegsbefürworter, und ich zitiere das Sprichwort nur, weil es halt existiert, nicht weil ich dafür bin, der Krieg als Vater aller Dinge. Das stammt ja schon aus dem Griechen. Aber du kennst dich gar nicht so proeuropäisch, wie du heute hier aufstrahlst. Aber bist du jetzt auch seit neuestem ein Befürworter der EU-Sanktionen gegen Russland? Nein, das kommt mir zwangsläufig zu dem Thema, logischerweise. Ich bin erst einmal immer ein europäischer Befürworter gewesen, und ich sage, die EU ist nicht Europa, sondern Europa ist viel mehr. Für mich gehört es zu Europa auch Russland, sage ich dazu, auch wenn es jetzt einen Streit gibt, und zwar den Gewaltigen. Es ist ein Krieg, den ich nicht befürworte, und es ist auch ein Invasionskrieg, das haben wir schon alles festgestellt, den ich nicht befürworte, und ich bin trotzdem kein Befürworter der Sanktionen. Was in Europa, die Streitbarkeit der Europäer und die Kritikfähigkeit der Europäer, der Sir Karl Popper hat ja immer gesagt, Kritik statt Dogma. Zurzeit leben wir in einer Zeit, wo alles dogmatisiert wird. Man darf ja nicht abweichen, da ist man schon ein Putin-Versteher oder ein Corona-Leugner. Das sind immer die beiden Kategorien. Wenn man kritisch denkt, man wird Sachen auch hinterfragen dürfen und Sachen differenziert sehen müssen. Ich glaube, das macht Europa aus, aufgrund der griechischen Philosophie und der Weiterführung, dass man kritisch denken sollte und kritisch denken muss. Und somit sage ich, die Sanktionen schaden uns mehr, als sie nützen. Du bist der Meinung, sie schaden Europa mehr, Natürlich, wir werden ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7% wird erwartet. Aber bist du der Meinung, sie schaden Europa mehr, als die Russlands schaden? Ja, eigentlich schon. Sicher. Noch dazu Folgendes. Haben die Sanktionen bislang dazu beigetragen, dass der Krieg, wo eben richtigerweise gesagt, dass Kinder, Frauen und Unbeteiligte, aber auch Beteiligte sterben müssen. Brauchen wir beides nicht, dass Leute sterben. Haben die Sanktionen dazu geführt, dass der Krieg beendet wurde? Nein. Es geht weiter. Wir erleben jetzt eine Faktensetzung, wenn wir schon beim Thema sind, können wir darüber sprechen. Das, was eh erwartet wurde, was erstens westliche Geheimdienste vorausgesehen haben, aber du brauchst keinen Geheimdienst, weil jeder, der Russland kennt, hat das eh gewusst, was passieren wird. Diese Referenten, oder Scheinreferenten, wie sie genannt werden, in diesen Regionen, das war schon seit März klar, dass sowas kommen wird. Nicht klar, welche Regionen. Zwar das Gebiet war klar, aber jetzt nicht die Einteilung. So wie auf der Krim. Das war vollkommen klar. Jetzt werden Fakten gesetzt. Dafür lässt der Putin halt ein bisschen da oben bei Charkov halt die Ukrainer davor, weil er unsere Ressourcen bündeln. Es war klar, es werden Fakten gesetzt und jetzt steht man halt vor der Situation. Ich bewerte das gar nicht. Es ist natürlich höchst fragwürdig, was passiert, ist überhaupt keine Frage. Aber das Gebiet wird ab heute und ab Montag schlussendlich, wenn es in der Tuma und im Föderationsrat dann glaube ich abgesehnet wird. Heute wird es mal als unabhängig, wurde es anerkannt und dann wird es eben einverleibt. Bei der Krim war das auch dieser Zwei-Stufen-Plan. Wird dann als russisches Gebiet betrachtet seitens der Russen. Und es gibt eine Verteidigungsdoktrin seitens der Russen, wenn jemand dieses Gebiet angreift. Ich glaube, ob es jetzt völkerrechtlich, staatsrechtlich, ukrainisch, verfassungsrechtlich legitim ist oder nicht, Russland betrachtet es als sein Eigentum und das gilt ab nächster Woche. Wenn da etwas passiert, es werden wahrscheinlich Grenzzäune oder Grenzposten geschaffen, wie auch immer, das Ganze wird einverleibt und als russischer Staatsteil angesehen. Wenn es dann eine Beleidigung, einen Eingriff in das Gebiet gibt, dann wird Russland so reagieren, es wird Russland angegriffen, weil es eben Russland ist und die Verteidigungsstruktur in sagt, dass dann mit Mitteln reagiert wird, die wir alle nicht wollen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sagt, man muss davor eingehen, ich erkläre nur ungefähr das Prozedere, das eh voraussehbar war. Und wir wissen auch, dass das Gebiet, das jetzt gerade einverleibt wird, zwar nur 20 Prozent nicht einmal der Ukraine ausmacht, aber 80 Prozent der Wirtschaftsleistung, der Wertschöpfung durch die schwere Industrie. Und alles, was überbleibt, da gibt es Ackerkultur, toll, die Kornkammer, weiß ich mal Europas oder noch immer, es gibt auch noch viele Lieferungen aus der Ukraine an Weizen oder ganz interessant und sexy, das heißt Sonnenblumenkern, Öl ist ganz wichtig, alle wollen das haben und viele andere Sachen aus der Agrarwirtschaft, genug haben sie ja, aber die schwere Industrie, die wahre Wertschöpfung und auch die, da wo die Arbeitsplätze zu Hause sind, die wird gerade einverleibt. Das sage ich nur wertschrei dazu. Jetzt hat der Johann Gudenus einerseits bei den Sanktionen eine ganz andere Meinung als du, aber er hat etwas Interessantes gesagt, er hat gesagt, die Sanktionen haben bisher nicht dazu geführt, dass es eine friedliche Lösung gibt. Das ist ein Argument, das man schwer wegwischen kann. Ja, sicher, aber ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative kann nicht sein, dass wir einfach zuschauen, wie ein souveräner Staat vor unserer Haustür überrannt wird und Menschen umgebracht werden. Also nur, weil wir mit den bestehenden Sanktionen noch nicht das erreicht haben, was wir erreichen wollten, heißt das für mich noch lange nicht, dass wir deswegen jetzt aufgeben, weil das wäre ein fatales Signal an Putin. Ich bin ganz im Gegenteil der Meinung, wir müssen die Sanktionen noch verschärfen. Sie haben natürlich eine Wirkung. Sie haben die Wirkung, dass Putin entgegen seinen Zielen, seine militärische Vorgehensweise komplett ändern musste. Er hat jetzt massive Unruhen im eigenen Land, weil er eine verdeckte Generalmobilmachung in Wirklichkeit durchführt, weil er die Ärmsten der Armen aus den entlegenen, vor allem stark mit ethischen Minderheiten versehenenen Regionen zwingen muss. an die Grenze, an die Front als Kanonenfutter, das wird mit Sicherheit zu Aufständen noch weiter führen, das kann er nicht unterdrücken. Und diese Dynamik haben wir nur deswegen, weil wir Sanktionen haben und die haben wir nur deswegen, weil es... Du meinst, sie wirken? Sie wirken allein schon deswegen, dass du siehst, die Ukraine verteidigt sich erfolgreich. Also dass die Russen nicht noch mehr eingenommen haben, das Plan war ja ein Enthauptungsschlag, ganz schnell Kiew und so weiter, ist den Waffenlieferungen geschuldet. Also er ist der Solidarität und die Solidarität ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Sanktionen gegenüber der Ukraine. Also es funktioniert, dass die Ukraine jetzt immer noch besteht zu 80 Prozent. Stimmt. Die Wertschöpfungsregionen, die wurden einverleibt und das war ja auch immer ein Ziel der ganzen Geschichte. Auch der Zugang zum Meer wurde in vielen Bereichen gekappt. Also die Ukraine wird diese Annexion niemals akzeptieren können, weil sie sich sonst als Staat einfach aufgeben muss. Sie ist einfach nicht mehr überlebensfähig in der Form. Oder wird eine komplette, also ich glaube, dass wir eine wahnsinnige Masseneinwanderung in die Europäische Union erleben werden, sollte es jemals zu einem Frieden zwischen dieser Ukraine und dem neuen Russland kommen, weil die Ukraine einfach von ihrer Wertschöpfung her so reduziert sein wird, dass sie ganz, ganz vielen Menschen keine Arbeit mehr geben kann. Also wo werden die Leute hingehen? Natürlich in die Europäische Union, das ist vollkommen klar. Also das heißt, das Ganze berührt uns viel, viel stärker als manche Leute das glauben. Ich sitze ja einmal in der Woche hier mit jemandem und sage, das geht uns alles nichts an. Und das ist so dumm in vielerlei Hinsicht, weil natürlich geht es uns etwas an. Erstens mal, weil da Menschen umgebracht werden und uns das niemals egal sein kann. Und zweitens, weil wir ganz unmittelbar mit diesen Regionen aufgrund von bestehenden Wirtschaftsleistungen, aber vor allem eben auch aufgrund einer drohenden, man kann es fast schon einer Völkerwanderung nennen, also einer vertriebenen Welle, die ja noch nicht da ist. Du bist ein Flüchtlingsgegner geworden, oder? Ich bin grundsätzlich immer gegen Flucht gewesen, weil ich ja selber Fluchtgeschichte in meiner Familie habe und ich weiß, was das für eine Scheiße ist. Also fliehen zu müssen, seine Heimat zu verlieren, wenn es das Schlimmste was gibt, ich will, dass niemand fliehen muss. Aber ich verstehe gleichzeitig, dass man Menschen helfen muss, die fliehen. Und das ist der Punkt, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer einmal wirklich sich auf den Weg machen, weil am Ende des Tages, jetzt können wir helfen, wir können Milliarden zur Verfügung stellen, aber wir werden nicht auf Dauer einen Staat, vielleicht einen Staat in der Größe von Bosnien-Herzegowina, können wir irgendwie am Leben erhalten mit vielen Finanzspritzen, aber die Ukraine nicht. Und das heißt, wir werden uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das jetzt auch im geopolitischen, aber vor allem auch im europäischen Kontext für uns, wenn die Ukraine durch die Maßnahme, die Russland jetzt setzt, und da finde ich die Analyse von Johann Godinus absolut zutreffend, ich halte es für sehr schwierig, diese Gebiete wieder zurückzubekommen von den Russen, wenn sie jetzt als russisches Staatsgebiet quasi einverleibt werden, aber die Frage müssen wir uns schon stellen, was passiert dann mit diesen, wie viel sind es, 40 Millionen oder 38 Millionen Menschen, die in der Ukraine jetzt leben, die werden dort nicht leben bleiben. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht und mit denen müssen wir uns beschäftigen. Aber du sagst, die Sanktionen wirken, das ist ja auch ein interessanter Punkt, den wird ja anscheinend ein bisschen nervös, dass ich was Teilmobil machen. Ich sehe schon, nein, ich schließe das nicht aus, dass natürlich, da tut sich was, ja, ich, nochmal, das ist vollkommen klar, vor allem, wenn plötzlich der Marschbefehl vor der Tür ist und der Sohn der Familie entrissen wird in Dagestan oder in Yakutsk oder sonst wo, das ist überhaupt keine Frage, das sind persönliche Schicksale, aber das war damit auch zu rechnen, muss man auch sagen, also das ist ja nicht, was jetzt plötzlich aus dem heiteren Himmel kommt. Die Sanktionen wirken, das ist eine Ansichtssache, sie wirken sicherlich, der Antwort in Russland auch und können sich auch mehr auswirken. Für mich geht es um eins, was kann der Österreicher, die Österreicherin, der Europäer, der EU-Bürger dafür, dass der Putin und der Zelensky oder der Putin einmarschiert und jetzt hier einen Krieg entfacht? Was kann er dafür? Warum muss er jetzt die Diskussion sich gefallen lassen wegen der Energiesparen und Energiekosten und dergleichen, die auch, muss man dazu sagen, auch so teilweise gekommen wäre aufgrund der Inflation. Aber warum muss er sich gefallen lassen, sich selbst zu rationieren, das frage ich mich dabei. Das ist ja, die wirken insofern auch, dass sie uns selbst schaden. Das ist ein Schuss ins eigene Krieg. Und da frage ich mich schon auch, ich bin es ja nicht mehr Politiker, aber ein Selbstverständnis von Politik ist schon folgendes, für die da zu sein, von denen man gewählt wird, nämlich dem Wahlvolk. Und das schadet zur Zeit dem eigenen Wahlvolk. Und das sieht man extrem. Wir haben ja eine Inflation jetzt im Detember um die 10%. Es gibt Prognosen, über 10,5% glaube ich werden es sein. Wir wissen von Prognosen, es könnte eintreten bis März eine Inflation, ich habe es einmal hier gesagt, von über 20%, das habe ich im August gesagt, da gibt es Prognosen, wenn es so weitergeht. Und es gibt Prognosen, dass, wenn es so weitergeht, aufgrund des Gasengpasses, der eindeutig da ist, auch keinem nicht mehr genug Strom produziert werden kann ab März. Und wir wirklich dazu übergehen müssen, dass in der Nacht das Licht abgedreht wird, nämlich wirklich in vorgegebenen Zeitperioden von mehreren Stunden und diverse stromintensiven Industrien oder Einrichtungen rationiert werden müssen. Das steht alles vor der Tür und das ist kein Hirngespinst, das ist Faktum, das sind Prognosen. Dass wir jetzt schon eine Inflation von 10,5% haben, ist ja auch schon nicht sehr positiv. Ich muss aber eins auch vorausschicken, die Inflation selbst ist ja seit 2008 durch das viele Gelddrucken unter Anführungszeichen, also dieses Fiat Money, diese Vermehrung und der leichtfertigen Kredite, die vergeben wurden, die jetzt eh auch eingeschränkt werden, was den Häuselbauer betrifft und dergleichen erschwert werden, aber es ist entstanden, auch ohne Corona und ohne Sanktionen, es wird ja immer dann vorgeschoben, Corona ist schuld und Putin ist schuld. Ich sage immer, die Maßnahmen sind schuld und die Sanktionen sind schuld. Das ist Ansichtssache. Aber es ist immer die Ausrede, Politiker zu sagen, schau, das ist der böse Putin oder das böse Corona. Deine Meinung, das war es kein Wiener Österreicher. Zugekommen. Nur jetzt wird es natürlich verschärft, glaube ich. Also ich glaube, erst einmal, wir produzieren in Österreich, glaube ich, 98 Prozent des Stroms aus heimischer Energie, aus erneuerbarer Energie. Also das Wasser. Deswegen wegen dem Wassermangel zugegangen ist im Sommer, oder? Genau, das stimmt. Da sind wir dann mit dem Thema Klimakrise, über das wir auch gerne reden könnten, weil wir, glaube ich, haben auch unterschiedliche Ansichten. Aber der Punkt ist, ich stimme dir dort zu, wo du sagst, es kann nicht sein, dass die einfachen Menschen unter Anführungszeichen, damit meine ich all jene, die nicht das Glück haben, dass sie so viel geerbt haben, dass sie nicht arbeiten gehen müssen, und das sind halt ein Großteil der Menschen, dass die jetzt wieder die Rechnung dafür becken müssen. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Politikversagen, weil unabhängig davon, was für geopolitische Verwerfungen es gibt, also gebrochene Lieferketten, wir können nicht beeinflussen, dass in China eine Zero-Covid-Politik gefahren wurde. Wenn die Chinesen sagen, wir fahren alles zurück und deswegen kommen die Sachen nicht mehr an, weil wir uns in den letzten Jahrzehnten so abhängig gemacht haben, was unsere Kleidung, was unser Essen, was unsere technischen Geräte betrifft, es gibt ja fast überhaupt nichts mehr aus Österreich oder aus der Europäischen Union, das ist ja auch ein Politikversagen übrigens, aber weil wir uns so abhängig gemacht haben, wenn die Chinesen etwas entscheiden oder die Inder etwas entscheiden oder die Russen etwas entscheiden, dann haben wir in Europa das Nachsehen und das können wir unmittelbar nicht beeinflussen, da kann man den Politikern auch nicht die Schuld geben, genauso wie man den österreichischen Politikern nicht die Schuld geben kann dafür, dass der Putin die Ukraine umbringt. Aber was man ihnen schon die Verantwortung geben kann, ist erstens dafür, dass sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich in so eine unglaubliche Abhängigkeit von einem despotischen System, weil Putin war immer schon ein Despot in den letzten 20 Jahren, gebracht haben. Das betrifft aber nicht nur Putin, es gibt ja noch ein paar andere Diktaturen in der Welt und ich meine, wenn in China, ich weiß nicht, ein ganzes Volk, wie die Uigieren, versklavt werden und in riesigen Städten unsere Kleidung nähen müssen, dann frage ich mich auch, wenn wir endlich beginnen, Sanktionen zu ergreifen und das nicht mehr einzukaufen. Also ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht scheinheilig werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das abzufedern für die Menschen ist die Aufgabe des Staates. Und deswegen bin ich so daran interessiert, dass wir wegkommen von der Symptomdebatte. Der Staat hat diese ureigenste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Krisen nicht das Nachsehen haben, weil dafür leistet man uns ja eigentlich einen Staat, weil sonst schaut jeder auf sich selber, da braucht man keinen Staat mehr. Da macht man das Recht des Stärkeren und jeder baut sich seine eigene Burg, so wie es früher war. Aber wir leisten uns einen Staat mit Sozialstaaten und allem Möglichen, weil wir sagen, vor allem für Krisenzeiten wollen wir ein starkes Schutzschild haben. Wenn der Staat jetzt in der Krise das Schutzschild nicht baut und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er es nicht macht, also wie gesagt, Geldmangel kann es nicht sein und auch Instrumente hätte er genug. Wir haben zwar zum Teil europarechtliche Beschränkungen, aber wenn wir uns andere Länder anschauen, die Teil der Europäischen Union sind, wie Ungarn, wie Slowenien oder wie Spanien, es gibt ganz viele unterschiedliche Beispiele, die machen all das, von dem man bei uns sagt, das können wir aufgrund der EU nicht machen. Genau, da pfeife ich auf die Europäische Union. Ganz ehrlich, das mache ich einfach einmal und lasse mich darauf ankommen, eine Vertragsverletzung zu verhandeln zu bekommen. Ein Notstand ist es nicht so. Ganz genau. Das ist eine eigene Bevölkerung zuerst. So ist es. Die Leute, die im Lachen ziehen wollen. Das muss man machen. Genau. Das ist immer schau, das ist immer schau. Das ist immer schau. Also da, wo ihr abhauen wollt, jetzt habe ich immer gesagt, nein, wir brauchen den Staat. Das ist praktisch. Entweder nähern sich schon im 2015er-Rekordjahr. Aber wie könnte man da deiner Meinung nach gegenwirken, weil es gibt jetzt Grenzkontrollen. Ja. Ja. Was müsste deiner Meinung nach passieren? Das ist so irgendwie aus meiner Sicht jetzt. Und da gibt es noch dazu, ich bin ja nicht mehr so in der Politik, dass ich das aus erster Hand sehe, aber was ich so verfolge, auch medial sehr untergegangen die letzten Monate, jetzt ein bisschen mehr wieder aufgekommen, aber Asyl war nicht das Thema. Aber gleichzeitig sind ja trotzdem hunderte Menschen pro Tag über sich Süd-, ne eher Burmian, aber auch Südsterben. Ja, aus der Grenze gekommen. Und da sind aber meistens keine Ukrainer, weil die kommen ja nicht mit einem Auto. Wenn. Also Großteil, sage ich einmal. Sind die Syrer, die jetzt? Also etwas zu vereinfachen wäre auch blöd, weil es gibt auch Ukrainer, die nicht mit einer SUV kommen, das muss man auch sagen. Aber das, was wir hier sehen, also im Erstbezirk jedes zehnte Auto ist mit blau, gelb und kieber, oder wie? Ja, aber so groß ist der Erste auch nicht. Nein, aber nur als Beispiel ist es. Ehe, die gibt es auch, sicher. Ja, natürlich, aber es gibt auch eben viele, die nicht eine SUV haben. Aber da sind nicht die, die über die Banken kommen. Genau, die über die Grenze kommen, sind meistens die aus dem Nahen Osten bis Afghanistan, Pakistan. Indien, ja. Indien auch. Und das ist genau der Punkt. Dreiskirchen ist überfordert und andere Zentren auch. Ich weiß noch, dass die letzten Monate viele Hotels- oder Herbergungsstätten umgerüstet haben auf Asyl wegen der ukrainischen Flüchtlinge. Wir wissen eben, dass jetzt viele wieder kommen aus dem Nahen Osten und aus diesen Gebieten. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist das alte Thema. Warum kommen sie? Und da sind wir wieder bei der Wurzelbekämpfung und nicht bei der Symptombekämpfung. Weil sie anscheinend wissen, dass Österreich und Deutschland aufgrund dieses Magnetismus der Sozialleistungen die Länder sind, wo man gerne hingeht. Und da sind sie bereit, durch, keine Ahnung, sieben bis zwölf Staaten zu gehen, wo sie eigentlich schon vorher bleiben könnten. Aber die nicht so attraktiv sind. Und dass eben die Wurzelbekämpfung wäre, das System nicht so attraktiv gestalten, sondern vor Ort zu helfen. Zumindest nicht dort, wo sie halt verfolgt werden, weil das ist ja gefährlich. Aber in den Nachbarländern finde ich die internationale Gemeinschaft die Verpflichtung hätte, ab dem Zeitpunkt, wo es sicher ist, Zentren einzurichten, die natürlich so menschenfreundlich wie möglich sind, für die Kinder eine Ausbildung ermöglichen, für die Erwachsene eine Fortbildung und eine Arbeitsmöglichkeit ermöglichen. Und dort eben die Menschen auch gut versorgt werden von internationalen Gemeinschaften. Und dann, wenn die Krise, der Verfolgungsgrund wegfällt, der Krieg, was auch immer das da so ist, die Menschen den kürzesten Weg nach Hause haben. Das wäre der Ansatz, den ich hätte. Und das würde auch unterm Strich all den Staaten, die jetzt am meisten ausgeben dafür, das ist vor allem Österreich, Deutschland, Schweden, Holland, Das wären diese Asylzentren in Drittstaaten. Genau. Dafür wärst du eigentlich. Ja, genau. Und das sollte eben... Ist ja ein ÖVP-Vorschlag, muss man sagen. Das ist ursprünglich ein FPÖ-Vorschlag. Ein ÖVP hat, wie man im Wahljahr 2017 gesehen hat, ja die guten Vorschläge alle übernommen. Aber wessen Vorschlag auch immer das ist. Es ist ein guter Vorschlag. Aber das ist ein guter Vorschlag. So wie ich den man beispielsweise macht. Ja, und das eben finanziert wird, aber eben vor Ort, nämlich in dem Land, das am nächsten ist, zum Herkunftsland der Flüchtlinge und damit der Weg am kürzesten ist, auch zurück. Und was hältst du eigentlich von diesem Vorschlag? Auf der einen Seite grundvernünftig, weil die Leute in der Region zu halten, ist ja sinnvoll. Auch aufgrund der kulturellen Nähe zum Beispiel. Und zwischen Kabul und Wien sind halt schon noch ein paar andere Länder. Und ich finde es auf der einen Seite total nachvollziehbar und ich finde, wir dürfen unsere Menschlichkeit auch nicht verlieren, unser Mitgefühl. Es ist zutiefst nachvollziehbar, dass Menschen, wir sehen, dass jetzt gerade, ich glaube ich, 40 oder 50 Prozent derer, die über die Grenze kommen, sind aus Indien oder aus der Region. Das sind keine politisch Verfolgten. Das sind Menschen, die auf der Suche, da sagen sie auch ganz offen, dass die Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und wer sind wir, ihnen das zu verdenken? Punkt eins. Also grundsätzlich, ich kann das nachvollziehen. Genau. Ich kann das zutiefst nachvollziehen. Ich glaube, dass es in Indien wirklich ein paar Probleme gibt und in anderen Ländern der Welt. Zutiefst nachvollziehbar ist, dass Menschen gerne auswandern wollen. Es gab ja auch in Österreich immer wieder Auswanderungswellen, zum Teil erzwungen. Wenn ich an die Juden denke, die vor den Nazis geflohen sind, ich denke aber auch an viele Burgenländer, die in die USA ausgewandert sind, in den 20er und 30er Jahren. Also es gab immer wieder auch Armutsmigration oder Wirtschaftsmigration aus Österreich hinaus und da waren wir auch dankbar, dass wir aufgenommen wurden. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wir müssen uns a, die Menschlichkeit in der Debatte bewahren und ich bin froh, dass ich einen Gesprächspartner habe, der das auch tut, weil andere tun pauschal Menschen einfach entwerten. Und das ist, glaube ich, eines der Gründe, warum diese gesamte Asyl- und Migrationsdebatte so entgleist die ganze Zeit, weil er einfach mit Pauschalierungen umgeschmissen wird, die entwürdigend sind und da muss man natürlich darauf reagieren. Punkt eins. Aber es ist natürlich grundvernünftig, dass man den Menschen in der Region hilft. Es ist für die Menschen besser. Es wäre auch besser, wenn es eine Form von, ich verstehe nicht, warum wir noch immer keine Green Card oder Blue Card für die Europäische Union haben. Wir haben einen unglaublichen Arbeitskräftemangel. Und wir sehen auch, der einzige Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre in Österreich ist aufgrund von Zuwanderung. Das bedeutet, wir werden unser Sozialsystem, Stichwort, wir werden bald, glaube ich, ein Drittel der Bevölkerung über 16 Jahre alt haben. Wer wird denn das alles tragen und finanzieren? Das müssen Leute von außen mitfinanzieren und tragen. Aber wir sollten nicht bei Exzident oder bei Chaos, Management bei Chaos quasi, wer da ist, der versucht mal das irgendwie hinzubiegen, sondern wir sollten schauen, dass wir die besten Köpfe, dass wir Leute, so wie wir es zum Teil über Anwerbungsverfahren in den Philippinen machen. Wir haben ganz und seit vielen Jahren sehr erfolgreich solche, genau, Pflegekräfte aus den Philippinen, die großartige und wertvolle Arbeit bei uns leisten. Und ich glaube, das, was wir erreichen müssen bei der gesamten Asyl- und Migrationsdebatte, und die beiden werden ja komplett vermischt, ist, dass wir auf der einen Seite natürlich als ein Land, das sehr reich ist, aber sehr klein ist, versuchen, eine balancierte Position zu finden, die einerseits unserer wirtschaftlichen Stärke, aber auch unseren Aufnahmemöglichkeiten entspricht. Ich bin nicht der Meinung, dass das Boot voll ist, weil wenn ich in gewisse Regionen, zum Beispiel in der Steiermark schaue, da verölden ganze Landstriche und ganze Dörfer sterben aus. Die wären froh, wenn da ein paar Leute wohnen und arbeiten würden. Aber die fragt, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Thema. Ich glaube, das, was viele Menschen verunsichert, und das verstehe ich, ist, wenn sie Bilder sehen von unkontrollierter Zuwanderung. Und immer dann, und das ist das, was die FPÖ in den letzten und jetzt in der ÖVP auch immer wieder gemacht hat, ihnen zu sagen, wir verlieren die Kontrolle. Da kommen Terroristen rein, da kommen Leute rein, die in das Sozialsystem einwandern. Vor allem wir zum Beispiel. Verständlich. Also die können, also aus meiner Sicht, dass sie noch nicht im Flieger sitzen, ganz ehrlich, da darf auch keine Toleranz geübt werden. Aber der Punkt ist, wir müssen die Kontrolle zurückbekommen. Und ich glaube, die Kontrolle zurückzubekommen, bedeutet, dass wir auch im Bereich Asyl und Migration eine ehrliche Debatte auf Augenhöhe führen, die nicht von Rassismus und Klassismus geprägt ist, sondern wo wir einfach ganz offen und ehrlich sagen, wir müssen schauen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, nach Österreich zuzuwandern, unter gewissen Kriterien, weil wir sie auch brauchen. Wir brauchen diese Arbeitskräfte. Und wir müssen auch die Möglichkeit geben, in die Europäische Union zuzuwandern. Wir müssen aber den Menschen auch klar sagen, bitte begebt euch nicht in die Hände von irgendwelchen Schleppern, weil die Frauen werden fast alle vergewaltigt. Auch die Männer werden zum Teil vergewaltigt. Sie werden misshandelt. Totale Ausbeutung. Und das macht mich krank, dass wir in Wirklichkeit, wir sehen das zum Teil, Italien und Abkommen mit Libyen und so weiter in der Vergangenheit immer wieder geschlossen, dass wir das dreckige Geschäft der Schlepper und der mafiösen Strukturen auch noch befördern, weil wir nicht in der Lage sind, eine echte und ehrliche Debatte diesbezüglich zu führen. Und das ist aus meiner Sicht das Versagen, wieder mal ein politisches Versagen auf europäischer Ebene, aber die Europäische Union ist im Endeffekt der Zusammenschluss von momentan 27 Nationalstaaten und Österreich hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht auch nicht das gemacht, was es hätte machen können. Ja, das ist schon richtig. Man lügt sich sehr gerne, sehr oft in den Sack in der Europäischen Union. Das ist auch in der Debatte vollkommen zu sehen. Und ich gebe auch vollkommen recht, dass diese Debatte der Migration und des Asylrechts viel zu oft vermischt wurde. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhen. Aber ich habe schon gemerkt, dass es auch der Wille war der politischen Akteure auch irgendwie gepaart mit diversen Medienvertretern oder sagen wir mal dieses Mainstreams, das ist jetzt schwer einzuhausein, aber es ist halt die öffentliche Meinung oder die veröffentlichte Meinung, das einfach absichtlich zu vermischen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhen. Migration ist das, was eben passiert, wenn man in den Arbeitsmarkt einwandert, wenn man gebraucht wird, das ist das eine, oder eben eine Einbürgerung aufgrund von besonderen Umständen. Es gibt diese Schnelleinbürgerungen seitens der Bundesregierung. Mit Treppko oder? Genau, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport. Das sind diese vier Sachen. Wenn jemand wirklich gebraucht wird, Beispiel mit Treppko, das ist Kultur, da gibt es die Sportler, die gebraucht werden, kann mich nicht erinnern, in den 80er Jahren gab es einen... Ob die mit Treppko wirklich gebraucht wird, ist dann die andere Frage. Das wollte ich gerade sagen. Also ich brauche jeden alten Pfleger, die der alten Pflegerin triniert, da ist eine Treppko, bitte. Das sind ja Prome-Einbürgerungen. von denen ich jetzt spreche. Das gibt es ja auch, das sind ganz wenige pro Jahr, ein paar Dutzend, je nach Regierung, die es anfasst oder nicht, weil es gibt ja eine mediale Begleitsmusik auch. Ich sage nur, die Treppko ist ein Beispiel, es ist immerhin eine weltweit anerkannte Künstlerin, die eben in der Oper und in vielen Opernhäusern... Könnte aber auch als Rutsunier singen, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich nicht mehr, aber gut, dann anders immer. Nein, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, das stimmt. Also immerhin, die dritte Downrot wieder auf und auch in der Mailander Skala gibt es ja mittlerweile Tendenzen, auch wieder das Russische zuzulassen, wenn immerhin die Russen gehen jetzt von der aktuellen Geschehnisse weg. Sie sind im kulturellen, abendländischen Musik und Künsten schon sehr stark beteiligt, aber sie sind ja ein anderes Thema. Aber da gibt es Stichsportler, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, da habe ich viel Tischtennis gespielt und da gab es jetzt einen chinesischen Tischtennisspieler, der eingebürgert wurde und für die Österreich alles gewonnen hat. Und da gibt es viele Beispiele, die man auch oftmals gar nicht erkennt oder die einem nicht bewusst sind. Und dann eben das Asylrecht, eben die Flucht, das völlig missbraucht wurde und umgedeutet wurde in eine Migration. Ich meine, es ist auch eine Migration, aber es ist jetzt rechtlich eine Migration. Und das ist der große Unterschied. Aber das hängt ja zusammen. Das ist der Punkt. Weil wir als Europäische Union, und da sind wir, ist Teil von Österreich halt ein Teil davon, versagt haben, die Frage der Migration zu gestalten proaktiv. Deswegen kam es zu dieser Verlagerung in die Richtung Asyl. Und das ist in Wirklichkeit nur eine verschobene Debatte. Ja, da hast du nicht unrecht. Und ein Punkt doch, weil wir Migration sprechen. Wir haben in Österreich, das sind Zahlen, die sind schon ein paar Jahre alt, hat sich wahrscheinlich verschärft, pro Jahr ein Brain Drain, also eine Abwanderung von gut ausgebildeten Leuten für die Wissenschaft, Forschung oder für das Business, wie auch immer, von 30.000 bis 35.000 Menschen. Das sind ungefähr die selbe Zahl, die im durchschnittlichen Jahr zuwandert, warum auch immer. Und die gehen woanders hin. Warum? Weil sie aufgrund, teils auf der Steuersituation, aber auch aufgrund der Fortbildungsmöglichkeiten in Forschung und Technologie oder der Arbeitsfahrtsmöglichkeiten, sich in Österreich nicht mehr wohlfühlen. Johann Guterres ist für mehr Zuwanderung und du bist für striktere Migrationspolitik. Das ist ein historischer Moment. Ich glaube, wir nähern uns wirklich der Waldspieler-Verteid. Ich bin für qualitative Zuwanderung, wenn es gebraucht wird. Aber man sieht, das Waldspieler tut es an jedem offensichtlich. Da könnte ich nur einladen. Ich versuche es mit einem allerletzten Thema, da vielleicht heute einen Dissens doch noch hinzubekommen, aber bin mittlerweile eher skeptisch. Giorgia Meloni, neue, wahrscheinlich, voraussichtlich neue Premierministerin in Italien. Du siehst sie kritisch oder mittlerweile sogar positiv? Ich muss aufpassen, weil ich immer missinterpretiert werde. Ich habe auch in der letzten Sendung gesagt, ich finde, wenn ich mir, ich muss gestehen, ich habe keinen Überblick über die italienische Innenpolitik und ich weiß nicht, ob die Italiener selber einen Überblick haben über die italienische Innenpolitik, weil es ist sowas von fragmentiert und volatil, ist unglaublich. Aber was ich von ihr gehört habe und ich habe mir ein paar Reden von ihr auf YouTube angehört, natürlich bekommt man da nur die pointierten Aussagen und so weiter, also was sie zu Familie, was sie zu katholischen Werten, was sie und so weiter, das spricht mich auch an als Linken. Ja, also ich meine, ich bin ein bürgerlicher Linke und ich finde auch, dass Familie wichtig ist, die Christenheit ist für mich auch wichtig. Also es sind alles so Sachen, die für mich eigentlich grundsätzliche Werte sind und ich glaube, der Erfolg von Meloni oder generell von den Rechten, weil es war ja ein Rechtsbündnis in Wirklichkeit, das so abgeräumt hat. Ja, es war die stärkste an dem Bündnis. Genau, aber es war ja nicht, es ist nicht die Einzige. Ja, ist darauf zurückzuführen, dass die Italiener, genauso wie die Österreicher, Kontrollverlust erleben. Und ich glaube, in der Situation ist man für die Botschaften, die einem wieder Sicherheit geben und Familie ist ein Wert. Aber mit Links, rechts gar nichts zu tun mehr. Das ist, glaube ich, das ist der Punkt. Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt einen faschistischen Wechsel oder einen postfaschistischen Ära in Italien erleben. Sie ist halt Chef in der neofaschistischen Partei dort. Definitiv und ich lehne das auf jeden Fall ab, das ist doch eh klar. Aber der Punkt ist, ich versuche immer noch eine Ebene tiefer zu gehen, weil es ist mir zu einfach. Genauso wie es mir immer schon zu einfach war zu sagen, alle FPÖ-Wähler sind Nazis. Das stimmt ja einfach nicht. Also da machen wir es uns doch viel zu einfach. Und ich habe das auch immer gesagt, wenn die Leute in einer Krisensituation rechts statt links wählen, was aus meiner Sicht fatal ist, aber sie machen es. Es gibt ja schon ein Vakuum links. Da gibt es offensichtlich nicht das richtige Angebot links. So ganz einfach. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Ideologie aufgebe, aber ich versuche ein bisschen, wir müssen wegkommen. Das einfach ist der Fehler, richtig. Differenzieren. Ich freue mich. Wie siehst du Giorgio Meloni? Du bist ja der Meinung, wahrscheinlich... Ich muss sagen, ich kenne sie gar nicht gut, gebe ich zu. Und für mich ist Italien auch schwerer Schrauber und oftmals bringt man die Mühe dann nicht so auf, sich da hineinzulesen, hineinzuackern. Natürlich ist Valvini kenne ich keine Frage. Ja, es ist natürlich ein Bündnis, das interessant ist, weil was die geopolitische Frage betrifft, was Russland-NATO betrifft, die Frau Meloni anders ist als die anderen beiden. Trotzdem, ich glaube, da mehr als ein kleiner gemeinsamer Nenner eint diese Fraktionen. Und es ist mal interessant, dass hier einiges, ohne das Wort rechts zu missbrauchen, also ins rechte Lot gerückt wird, wahrscheinlich. Wird man sehen. Und es ist natürlich ein, man stellt sich immer die Frage, warum wählen auch nicht rechtsangehörige, denkende Wähler, dann rechte Parteien. Eben wahrscheinlich, weil es ein Vakuum gibt, weil eben viele linke Parteien da und dort fertig haben, ausgedient haben oder sich vergessen haben, sich neu zu erfinden auch und neu zu überlegen, wie es weitergeht. Und oftmals in einem Gedankengut erleben, wie die 60er-Jahre, möglicherweise, ich weiß es nicht, diese Frankfurter Schule und dergleichen, jetzt einmal für deutsche Gebiete, aber auch in ganz Europa gilt das ja, da gehört vieles weitergedacht. Und man darf gespannt sein, ich bin immer dafür, dass demokratisch, wenn eine Veränderung stattfindet, man einmal schaut, was passiert da. Und vieles, wenn auch du sagst, werte Familie, ich glaube, dass die Menschen, die Europäer, die Italiener in dem Fall, aber auch wir Österreicher, aufgrund einer extremen Entwurzelung, die in vielen Bereichen stattfindet, eine Entwurzelung, wieder Sehnsucht haben nach Verwurzelung. Und damit meine ich eben ganz normale Werte, die wir eigentlich immer gehabt haben. Familie, Heimat, Natur, ja, also alles, was das Waldviertel ist. Waldviertel. ich wollte gerade sagen, das ist eine Grund, warum wir das Waldviertel zogen. Dann finde ich das alles. Wenn jetzt alle kommen, ist auch ganz viel. Das stehen die alle nicht. Aber ich möchte ein Wort noch vielleicht dazu, weil es wirklich eine total spannende Beobachtung war. Also ich habe, es gibt wahrscheinlich auch FPÖ-Wähler im Waldviertel, davon gehe ich aus, wird es überall geben. Aber Sie sind offenbar noch nicht. Aber ich weiß, ich glaube, der Waldviertel ist nicht das Waldviertel. Weithofen. Wirklich? Ja, ja, ja. War Stadtverwalt. Okay, aber ich meine, wurscht. Aber wie auch immer, was ich sagen wollte, ist, die Leute sind da denn nicht rassistisch. Ja, also ich glaube, das ist das, was wir uns wirklich, das wird jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir wirklich aufpassen müssen, das muss uns nicht so leicht machen, dass nur weil Leute katholisch sind, nur weil Leute ihre Heimat und Natur schätzen, deswegen sind sie keine Rechten. Schubladisierung, das ist falsch. Genau, Schubladisierung. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Gut, also ein vielleicht historischer Moment heute. Ein Waldviertel-Brückenschlag. Ein Waldviertel-Brückenschlag. Eine Diskussion, muss ich sagen, die etwas anders gelaufen ist, als ich es mir vorab gedacht habe. Aber ist ja auch nochmal was. Wenn man überrascht wird, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier. Dann geht es weiter mit dem Thema Corona und dann ist gleich Monika Redlberger-Fritz zu Gast hier, eine der bekanntesten Virologinnen des Landes und zwar mit ihrer Einschätzung zur aktuellen Corona-Situation in Österreich. Wie besorgniserregend ist die wirklich? Und was sagt sie denn beispielsweise zur Prognose von Komplexitätsforscher Peter Klimek, der sagt, wenn das so weitergeht, dann haben wir bald 70.000 Neuinfektionen pro Tag. Ist das wirklich realistisch oder ist das ein weiteres Horrorszenario, das dann eh nicht eintritt? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.